ja servus meine leute und herzlich willkommen zu meinem video ihr sehen könnt ich habe hier so eine waffe hier liegen nerf genannt nur dass diese waffe keine pfeile so wie man es von den nerfs gewöhnt ist raus schießt nämlich das ist eine lasertack waffe die was ich auskenne bei lasertack spielen werden es wahrscheinlich gerne ist eine lasertack waffe ich kann es erstmal kurz erklären hier dreht man auf und dann hat man hier eine anzeige hier hat man eine anzeige da habe ich jetzt 18 fuß drinnen ich drücke dann hier drauf dann geht das ganze spiel los soja da jetzt habe ich noch fünf und das ist dann immer weiter und irgendwann habe ich dann halt meine schüsse ausgesucht einen moment ich zeige euch das mal was man dann macht wenn man es nachladet ihr sehen könnt es kommt hier nichts raus so jetzt habe ich null schuss mehr wie ihr sehen könnt es funktioniert nichts mehr dann drücke ich einmal hier drauf und wieder 18 fuß ja das war es eigentlich auch schon meine freunde da einfach längere zeit ding drauf halten und dann schaltet sich die aus ja eben das war es einen schönen sonntag noch ich meine ups sorry ich bin heute einen schönen am montag nachmittag noch und späten nachmittag noch und würde dann sagen tschau schöne osterferien die was heute angefangen haben und tschau bleibt gesund tschau 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 tschau